In den folgenden Minuten geht es um die Frage, was eine Erörterung ist. Eine Erörterung ist im Prinzip nichts anderes als eine schriftlich festgehaltene Meinung, die das Ziel hat, zu überzeugen. Wichtig ist dabei eine gute Begründung für die eigene Position. Man unterscheidet zwei hauptsächliche Formen der Erörterung, die man als Strategien bezeichnen könnte. Es gibt die lineare Form und die dialektische Form. In der linearen Erörterung geht es ausschließlich um Argumente, die für deine Position sprechen. Du beginnst mit dem schwächsten Argument und endest mit dem stärksten. In der dialektischen Erörterung werden auch Gegenargumente aufgegriffen. Letztendlich geht es aber dabei um eine Entkräftung der Gegenargumente. Weil dialektische Argumentationen meist so aufgebaut sind, dass auf ein Pro-Argument gleich ein Kontra-Argument folgt, nennt man diese Form der Erörterung auch Pro- und Kontraerörterung. Sowohl lineare als auch dialektische Erörterungen haben einen ganz allgemeinen Aufbau, den du auch von anderen Texten kennst. Sie haben eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung hat in beiden Arten der Erörterung die Aufgabe, das Thema für den Leser spannend zu machen. Dazu wird einerseits empfohlen, auf die Aktualität des Themas hinzuweisen oder auch ein spannendes Zitat zu wählen, mit dem man beginnt. Natürlich kannst du auch mit einem persönlichen Erlebnis anfangen. Aber das sollte glaubhaft und zum Thema passend sein. Letztendlich sollte deine Einleitung aber immer in einer Entscheidungsfrage enden. Im Hauptteil unterscheiden sich die beiden Formen der Erörterung. In der linearen Form werden, wie gesagt, nur Argumente für die eigene Position verwendet. Sie werden so angeordnet, dass man vom schwächsten Argument bis hin zum stärksten Argument aufzählt, was für die eigene Position spricht. In der dialektischen Form der Erörterung, die man ja auch Pro-Kontra-Argumentation nennt, werden nun Pro- und Kontra-Argumente abwechselnd dargestellt. Dabei steigert man seine eigenen Argumente auch vom schwächsten hin zum stärksten. Die Gegenargumente aber vom stärksten zum schwächsten. Damit will man erreichen, dass die eigene Position am Ende viel stärker wirkt als jede Gegenposition. Der Schlussteil bietet nun Gelegenheit, die eigene Position noch einmal zu bekräftigen oder einen Ausblick zu geben. Man kann aber auch einen Aufruf formulieren. Nun noch einmal eine kurze Zusammenfassung. In der Erörterung hast du immer das Ziel, andere von einer Meinung zu überzeugen. Du kannst dazu zwei Strategien nutzen. Entweder die lineare Form oder die dialektische Form. Der Aufbau beider Formen ist im Wesentlichen gleich, aber im Hauptteil bestehen Unterschiede. Übrigens, wie man Argumente in einer Erörterung entfaltet, wird in einem anderen Video erklärt.